Clasherinnen und Clasher bei Medium Torst bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und wir sind aktuell in der CWL, das habt ihr schon im Thumbnail gesehen, also wir sind nicht in der Champions War League, sondern wir sind in der Clan War League. Ja, wir haben es heute endlich gepackt, also wir haben heute recht früh gestartet, muss ich sagen, so ein paar Ungereimheiten und Wartungen gab es ja noch dazwischen, aber wir haben dann relativ schnell hier diese Battles gefunden und ich bin ja in sehr, sehr häufigen, oder nicht in sehr, sehr häufigen, aber ich bin ja in einigen Clans, die absolut gemischt sind, muss ich sagen, und auch wir hier beim Clan SMS, also speziell mit Soos, sind ja nicht so gerade mit den RH-12ern gesät, also wir sind hier acht RH-12er im Moment in diesem Clankrieg, haben ein paar Elfer mitgenommen, ihr seht das hier so ein bisschen im Line-Up hier, vom Matchmaking her will ich mich da jetzt nicht äußern, ich kann aber eins sagen, der gegnerische Clan hat 25 Leute gemeldet, also es ist wohl so, es ist ja heute auch, es ist ja für alle das erste Mal heute gewesen und wir haben halt gesucht, haben jetzt sieben Partien und unser erster Clan, man kann ja in den Clan so ein bisschen reinschauen, also wir haben erstmal alle mitgenommen, weil wir ja nicht wussten, was kommt auf uns zu, keine Ahnung, oder 46 haben wir mitgenommen, wir haben so ein paar rausgeworfen hier, währenddessen, aber der Gegnerclan hat immerhin, wie viel haben sie gemeldet, 25 gemeldet, aber wenn man sich diese Bases dann anschaut, dann wird man ganz schnell sehen, die haben ganz viele Elfer und die haben ganz viele Zwölfer und sie haben 15 Zwölfer, sie werden mit 15 Zwölfern hier aufschlagen, glaube ich zumindest und das müssen, das muss man natürlich erstmal kompensieren, ich meine, Supercell hat ja angegeben, dass das Matchmaking zu Anfang so ein bisschen komisch sein kann und auch nicht immer ganz fair, das werdet ihr in den nächsten Tagen in einem meiner Folgen sehen, dass es mal so richtig nicht fair ist, also da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, wer dieses hier startet und das über sich ergehen lässt, warum man das eigentlich mitmacht, aber wir lassen es mal überraschen, also auch wenn diejenigen, das haben wir heute schon festgestellt, ich habe heute mal meine Clanburg geleert hier, also ich habe mal den Babydrachen rausgenommen und einer von unten, der hier jetzt nicht gelistet ist, also ein Rathaus 10er, kann mir trotzdem hier rein spenden in die Clanburg, ist natürlich sehr, sehr nett, dass es nicht einer von diesen 15 machen muss, also haben wir einfach mal getestet und mehr wissen wir ja auch noch nicht, wir gucken mal, wir haben uns die anderen Gegner auch schon angeschaut, da passt es so in etwa, aber in einigen Clans, in denen ich bin, da passt das überhaupt nicht, in einem Clan, wo ich zur Zeit bin, das zeige ich euch einmal hier, dort suchen wir sicherlich noch den einen oder anderen, denn es gibt auch, ja ich bin ja auch mit dem Avatar, so ein kleiner weise, also ich bin in keinem, tue ich bitte, ich bin in keinem Clan und ich habe aber heute im Discord mitbekommen, beim, in der CW, in der GML Liga, dass dort der, dieser Clan hier, der Clan GML All Stars, einfach mal auch an der Liga teilnimmt, die sind jetzt noch aktuell im CK und die suchen noch so ein paar Leute, die hier einfach auch Clan League mitspielen wollen, wir werden sicherlich hoffentlich, wir werden hoffentlich noch genug, also ich muss die Werbetrommel noch ein bisschen rühren, dass wir hier denn auch ein paar sind, also im Moment sind die hier noch im CK, aber das ist einfach mal für Leute, die natürlich gerne Clan Wars spielen, ich bin ja auch einer davon, ich spiele ja super gerne Clan Wars, aber im Moment mit meinem Rathaus Neunern und mit dem Achter, Siebener, weiß der Geier, da ist das erstmal vorbei, weil da werden ja erstmal nur die Hohen Rathauser mitgenommen und das, deswegen kannst du fast sagen, acht Tage hast du hier Ruhe von diesem Spiel oder du machst halt, du farmst halt, machst deine Helden, hast keinen Stress im CK, weil es nimmt dich eh keiner mit und das finde ich noch so ein bisschen, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen komisch, ist natürlich ein bisschen doof, denn in diesen acht Tagen findet ja kein CW, normaler Clan Krieg statt und diese ganzen Accounts machen jetzt erstmal acht oder neun Tage kein CK, ich weiß nicht, bei mir hier in den Events steht hier drin, dass die Clan Wars Liga erstmal neun Tage geht, das heißt neun Tage, zwölf Stunden liegt jetzt mein, weiß ich nicht genau, mein Rathaus Neun erstmal hier brach in dem Clan, ob er dann spielt, die werden mich ja nicht mitnehmen als Rathaus Neuner, weil wir haben, wir haben ein paar Zwölfer, wir haben ein paar Elfer, die werden die Clan Ligen spielen, aber die Rewards bekommen ja letztendlich alle, wenn auch so ein bisschen aufgeteilt später vom Leader und ich kann es echt noch nicht greifen, dieses dieses Clan War League Update ist mir noch ein bisschen, ist mir noch ein bisschen ungeheuerlich, aber mal um auf die, um auf das Video von gestern zurückzukommen, ja da habt ihr das erste Mal ein Video gesehen, aber ich zeige euch einfach mal die Wiederholung von meinem Attack hier, wir haben übrigens keine Wiederholung hier, deswegen zeige ich euch mal einen ganz netten hier mit den Event-Truppen, die sind ja echt nett, ne? Von mir nebenbei, während ich das mal so ein bisschen erzähle, wir haben halt so, jetzt habe ich gerade einen, ich habe gerade einen Fahnen verloren, ach so, jetzt habe ich den Fahnen wieder, ja, zu dem Video von gestern, das war eine YouTube-Neuheit, das heißt also, ich habe gestern einen oder vorgestern ein Video abgedreht, was ich als Premiere eingestellt habe, denn ihr wisst, ich habe zur Zeit Urlaub und kann da so ein bisschen, ja, bei meiner eigenen Premiere dabei sein, das heißt, ich habe das Video für 14 Uhr, ja, geplant und es sah ja so ein bisschen aus wie ein Livestream, das kann ich, werde ich euch gleich auch zeigen, ich habe mir das heute mal an den mobilen Geräten angeschaut, wie das eigentlich so aussieht und das heißt also, viele haben gedacht, oh, Toto bringt um zwei Uhr ein Livestream, ist ja geil, nein, es war mein normales Tagesvideo, aber trotzdem haben wir über 50 Zuschauer gehabt, die an diesem normalen Tagesvideo teilgenommen haben, denn natürlich bin ich dann als Publisher, so will ich es mal sagen, online und kann mit euch so ein bisschen über das Video diskutieren, über das Thema diskutieren, ich fand es, ich finde die Idee wirklich, wirklich gut und ich glaube, ich glaube, es kam auch ganz gut an, das kann ich natürlich nicht jeden Tag machen, weil ich kann nicht jeden Tag, wenn mein Video rauskommt, je nachdem, wie ich dann, wie ich es denn plane, zu welcher Uhrzeit, kann ich natürlich nicht am Rechner oder am Tablet oder am Handy sein und mich euch da ein bisschen diskutieren und wie ihr das Video findet, wie ihr den Inhalt findet, wie ihr das Clash of Clans zur Zeit findet, also um was es eigentlich in diesem Video geht, aber ich glaube, das war mal, ich glaube, es war eine gelungene Premiere, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass so viele da waren, wir haben echt viel getippt und ich werde euch gleich kurz mal zwei Screenshots zeigen von meinem Handy aus, denn die habe ich jetzt heute Abend nochmal aufgenommen, um zu zeigen, so sieht das am mobilen Device aus, denn ihr könnt euch dem, ihr könnt natürlich das Video danach ganz normal als Tagesvideo bei mir sehen, aber das Besondere ist, man kann auch mal den Chat sehen, man kann sagen, was hat denn der alte Sack eigentlich dazu gesagt und so will ich es mal sagen, also so ist es ja nicht, aber und so kann man das Ganze nochmal Resümee passieren lassen, vielleicht habe ich ja noch was ausgeplaudert oder ihr seht da, wie meine Planungen demnächst sind und ich muss sagen, ich fand es wirklich, wirklich nett, dass auch so viele Leute da waren, das hat mich wirklich gerührt und das hat mir natürlich so ein bisschen auch den Ansporn gegeben, das Ganze so ein bisschen mal zu wiederholen, so gut es eben geht, also es geht immer dann natürlich gut, wenn ich irgendwo im Homeoffice bin oder ich bin an einem Ort, wo ich dann genau diese 20 Minuten, ich glaube das Video war ja 22 Minuten lang, einfach mit euch im Chat dabei sein kann, wenn das Video rauskommt, direkt live, man sieht glaube ich die Videolänge nicht, habe ich jetzt gesehen, deswegen hat jemand gefragt, wie lange geht das eigentlich, und aber ihr wisst, meine Videos liegen immer so zwischen 15, 20 Minuten, so geht das ja meistens in der Regel und deswegen hat mich das echt mal gefreut, dass so viele Leute da waren, diese Premiere sich einfach angeguckt haben und auch danach waren die Resonanzen sehr, sehr gut, also ich glaube schon, dass das ein bisschen zur Wiederholung tickt und ich blende euch das mal eben da so ein bisschen ein, also einmal per Screenshot, einmal von meinem Handy als Längsformat und einmal von meinem Handy als Querformat, im Längsformat kann man halt den Live-Chat einschalten, um diesen ganzen Chat nochmal zu sehen, im Querformat sieht man dann natürlich auf der linken Seite so ein bisschen den Chat, also so sehe ich die Streams in der Regel auch, oder ich gucke es mir halt im Längsformat an und ist halt ein bisschen unterschiedlich, aber ich fange die Funktion ganz gut, es gibt noch kleinere Bugs dabei, denn in dem Live-Ding, als ich das Live gestellt habe als Premiere, konnte ich mein Abspann-Screen nicht mehr machen, also normalerweise habe ich da ja noch einen Link zu einem Video, was ganz interessant ist, und mein Abo-Button in dem Abspann, den konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht einfügen, habe ich dann aber später eingefügt, ich hoffe das Ganze ist hoffentlich ganz gut bei euch angekommen, ich kann es nicht genau sagen, weil ich selber war ja live mit dabei und das ist auch das Witzige, ich gehe einfach mal in die Suche, ich hoffe ihr habt ja nichts dagegen, das war auch das Witzige, dass ich einfach mal mein Video, ich meine, ich gucke meine Videos immer quer, ob da was doof ist, ob ich blöd rüberkomme, noch mal was rausschneiden müsste, oder was auch immer, zum Beispiel dieses Kopfkratzen hier, oder in meine Föhnwelle hier reinfummeln, oder euch die Lupe hier rauspinne, das ist ganz unterschiedlich, und deswegen gucke ich das eigentlich immer mindestens ein, zweimal noch mal quer, vielleicht schneide ich es dann noch mal um, weil irgendwas nicht passt, aber da habe ich es einfach mal genauso gelassen, wie ich es aufgenommen habe, genau wie dies hier auch, aber ich glaube die Lupe schneide ich euch doch raus, ich weiß nicht genau, warum die immer so lange sein muss hier, auf Titan, ich bin im Moment nur in Titan 2, und ich komme einfach wieder rein, wenn das Ding hier weg ist. Ja, wir haben relativ schnell einen Gegner gefunden, ist wirklich geil, denn ich nehme mal wieder ultra spät auf, kann ich das eigentlich euch zeigen, ja, 23.14 Uhr, also ich nehme echt ultra spät aus, wechsle jetzt eben noch mal die Karre, ich finde es total gut, dass die Karre nur noch 100.000 kostet, und nur noch 20 Minuten braucht, also, das ist eine, ich glaube, das ist das Highlight für mich, dieses Updates hier, ich gucke mal gerade, was hier vom Rathaus hat, okay, zwei Tesla kommen da raus, und eine Riesenbombe ist schon mal ausgelöst, das Rote dürfte mir nicht krummeln, das liegt nach wie vor am Emulator, wenn ich also die Steuerungstaste drücke, und das Rad nach oben, dann zoome ich eigentlich rein, mal sehen, ob ich das auf einer anderen Hotkey lege, dass dieses nicht immer auftaucht, aber ich glaube, wir gehen über, über welche Seite gehen wir rein, ja, ich glaube, wir können über diese Seite reingehen, ihr seht das hier, ich habe eine relativ teure Ami am Start, das macht aber nichts, weil viele Truppen sind ja so ein bisschen angeglichen worden, an die Preise, und deswegen kann man einfach auch mal ein bisschen teurer auf die Reise gehen hier, ich gucke mal, über welche Seite ich hier reinkomme, ich gucke mal da, okay, da ist kein, keine Falle, keine Sprungfalle, und ich nehme die drei Riesenskelette hier mit rein, denn, ja, das ist schon eine nette Truppe, ne, will ich, will ich mal so sagen, so, die Mauerbrecher, die gehen auf die erste Mauer hier, ich gucke mal, dass wenigstens noch die Statue hier jetzt fällt, und, äh, nehmen hier den, den, ähm, die, ähm, den, ähm, den Vernichter mit rein, so, jetzt haben wir noch nicht ganz so viel, da muss noch ein bisschen mehr weg, dass ich hier jetzt meine, meine Truppen auch in diese Base reinkriege, das sieht ja zwar erstmal wenig aus, und sehr, sehr schleppend hier, vor allen Dingen, weil ich ja echt nur mit Hexen unterwegs bin, aber diese Riesenskelette hier, die machen hier so, die machen hier so eine Panik in dieser Base, das ist der Hammer, und, äh, ich kann euch nur empfehlen, solange dieses Event hier läuft, nehmt diese Skelette, denn sie sind echt nett, sie sind wirklich, wirklich geil, und, ähm, was habe ich in der Clan Book, oder, das, ich hab's, ich hab's jetzt gar nicht gesehen, die beiden Truppen hier unten lasse ich mir erstmal ein bisschen über, und, ähm, kann hier ganz genüsslich erstmal so ein bisschen hin und her scrollen, so, hier kriegen wir erstmal die zwei, ähm, Sachen so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Fries weg, einmal jetzt den Worten gezündet in der Mitte, also mal wieder pure Live Action hier bei mir, ähm, hab ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen so geplant, ich brauche im Moment nicht so viel, hab kein Bauarbeiter frei, ich muss auch, auch selber immer ein bisschen gucken, äh, bei mir, Toto, wie geht das eigentlich bei dir so ein bisschen weiter, und, ähm, aber ich glaube, die sind hier nochmal ganz gut aufgehoben, wie sieht's hier hinten aus, oh, da sieht's nicht, nicht so gut aus, mal sehen, ob wir den Bohrer hier noch kriegen für das Dunkle, aber ich hab schon genug, genug Dunkles für mein King, ähm, gesammelt, das heißt, der kann auf den nächsten Level gehen, allerdings erst nach dem CK, beziehungsweise nach dem 1CK, das kann ich euch, glaube ich, gleich auch erklären, haben wir heute Abend auch nochmal rausgefunden, also, ich bin hier so ein bisschen an der Front, und kann so ein bisschen zumindest sagen, so wird es, so wird es sein, so wird es kommen, äh, denn der CK hier hat jetzt nur, nur 12 Stunden Vorbereitung gehabt, hat aber einen 24-stündigen Kampftag, und, ähm, ja, das ist, das ist für mich absolut in Ordnung, 2,29 habe ich jetzt, und, ähm, oh, mein Sternebonus, mein Sternebonus geht immerhin wieder, der hat ja jetzt wirklich, der ging bei euch, glaube ich, länger nicht, und, äh, bei mir hat's jetzt aber super funktioniert, ich baue hier die Karre nach 20 Minuten nur noch echt glücklich, und auch das Quicktrain, alles das, was ich nicht verbraucht habe, ähm, ich, ich muss hier nichts mehr löschen, jetzt im Moment, ihr habt ja immer gesehen, der Toto war immer blöd am löschen, wie so ein Irrer, das muss man nicht mehr machen, man kann einfach bauen, und, ähm, jetzt muss ich aber mal schauen, was habe ich hier gerade nicht, 2, 2, 1, ah, nee, ich habe ja alles, ich habe alles, ich muss nichts mehr irgendwie löschen, kann einfach meine Quicktrain-Armee nachbauen, auch wenn ich nicht alles, ähm, verzockt habe, also, es bleibt irgendwie eine Truppe über, oder so, finde ich echt gelungen, und, ähm, ich kann euch, also, ja, ich weiß, ich fahre mir jetzt im Moment recht teuer, 2.224 dunkles, aber ich habe die 2.26.000, mein King wird 2.24.000 kosten, also richtig krass, in einer Stunde 15 geht hier der CK los, das werdet ihr natürlich nicht verpassen, wie wir das hier machen, wie wir das hier lösen, so will ich mal sagen, und, ähm, bleibt am Kanal dran, denn in den nächsten Tagen werde ich auch aus den anderen Clans berichten, wo ich so ein bisschen bin, so ein bisschen was Matchmaking angeht, wie haben sich da die, die Clans geschlagen in den ersten Suchen, wer hat gar nicht mitgemacht, gibt es ja sicherlich auch Clans, und, ähm, deswegen, also Clan Battle ist dann 24 Stunden, allerdings werden dann schon, glaube ich, die ersten 12 Stunden zur nächsten, zum nächsten CK dazugezählt, also, ähm, die CK-Suche, oder die Gegnersuche, welcher Gegner ist denn jetzt unser nächster, ähm, ist, ist da wohl mit drin, irgendwie so habe ich das verstanden, so ganz, so ganz raffe ich das auch noch nicht, ich hoffe trotzdem, dass ich euch so ein bisschen mehr hier von der CWL erklären konnte, und, ähm, ich hoffe auch, dass ich euch zu irgendeiner Premiere wieder einladen kann, also, ihr seid eine wirklich tolle Community, ähm, um uns Clash of Clanser hier in Deutschland herum, und, äh, ja, ich kann mich einfach nur bedanken, war ein toller Tag, äh, ist eine tolle Woche, wir haben, ich muss es einfach mal noch, ich muss es mal nochmal erklären, ihr seht, dass 111 Leute schon wieder, zehn Leute noch online, ist es fast kurz vor zwölf, und, noch was fährt es zur Nacht, hat hier der, hahaha, der, der Roland gefunden, okay, das ist ja mal richtig nett, im Donnerwetter, den gucken wir uns noch an, den kann ich mir nicht hier gehen lassen, hier, in so einer Tagesfolge, und, ähm, da kann ich zumindest noch so ein bisschen was, so rund um den Kanal, was passiert eigentlich rund um diesen Kanal, wir haben ja jetzt ein bisschen Livestreaming mit drin, wir haben, ähm, wir haben den Discord mit drin, ich habe heute, ich habe heute glaube ich drei Leute über den Discord neu kennengelernt, ähm, echt spitze, also kommt hier ruhig rein, entweder bei mir oder bei den Spitzen mit Soos, da habe ich allerdings die ID im Moment gerade nicht zur Hand, aber, äh, redet mit mir, chattet mit mir, was auch immer, in der Regel bin ich ja dann da, und, ähm, es hat heute auch mal jemand geschrieben, äh, wenn ich, wenn ich dich nicht störe, spreche ich dich an, nein, ihr stört mich nie, ihr stört mich nie, wenn ihr mich stört, dann bin ich in dem AFK-Channel, äh, meines, Servers, und, äh, da, da könnt ihr sicher sein, Toto ist wirklich AFK, ist nicht da, wirklich away from keyboard, äh, keyboard heißt das ja, und, ähm, aber wenn ich, wenn ich bei mir irgendwo im Channel unbegrenzt hänge, und ihr euch nicht traut, mit mir zu sprechen, dann könnt ihr mir ruhig schreiben, über den Schreiben-Channel oder sonst wo, also ich habe da keine Berührungsängste, ich habe da keine Berührungsängste, und, äh, wir können ein bisschen plaudern, ein bisschen, ein bisschen labern, ich finde es, ähm, ganz, ganz nett, muss ich sagen, ich finde es ganz nett, weil die Leute, die mich da jetzt gefunden haben, äh, waren auch in der Regel nett, also es waren jetzt keine Hater oder so, sondern die sind ganz normal auf mich zugekommen, ich bin da auch nur ein ganz normaler Mensch, Mann, ich bin ja ganz normaler Mensch, und, äh, mit mir kann man quatschen, mit mir kann, das, und, und die, die mich richtig kennen, die wissen, dass man mit mir quatschen kann, äh, die loggen, die loggen dann auch mal aus, wenn es dann zu viel wird, wenn die merken, alter Totortenredefluss, und tschüss, dann, äh, ist es wohl zu viel, also sowas gibt es auch, äh, netter Lot, hier haben wir nochmal einen richtig schönen Lotfight, wenn ihr schöne Lotfights habt, unter meinen Videos in den Kommentaren, ist ein Link, da könnt ihr mir eure netten Lotfights, oder tolle, komische Angriffe, oder komische Anekdoten, gerne da lassen, eine Anekdote habe ich noch zum Schluss, ah, geiles Ding hier Roland, hast du echt super gemacht, aber eine Anekdote habe ich auch noch zum Schluss, ja, ähm, wenn ihr Clash of Clans startet, dann seht ihr ja, quasi, dann seht ihr zwar den normalen Screen, der bei Clash of Clans startet, aber schon die Halloween Musik, die haben den Halloween Startbildschirm noch vergessen, ähm, ich denke mal, der wird nochmal ein bisschen nachgereicht, aber, ich habe hier einen Clan, beziehungsweise in den Bookmarks, habe ich natürlich auch schon jemanden, der, so wie ihr sicherlich auch, der den, der den komischen, äh, Hut hat, also, das, ähm, das, ähm, Clash of Clans Halloween Event, äh, Gimmick, oder was es auch immer ist, nämlich den schönen Bitch Head hier, den Hexenhut, also, ich habe ihn auch schon einmal, ich habe ihn heute Abend auch schon öfter mal gesehen, bei einem YouTuber in den Kanälen, und wo auch sonst, und, ähm, ich habe ihn auch schon, wenn ihr den auch schon habt, dann, ähm, es schreibt mir ruhig in die Kommentare, vielleicht mit, mit XY Koordinator oder so, ich hoffe, trotzdem, die Folge hat euch mal wieder gefallen hier, ähm, ich bleib bei diesen ganzen Geschichten, vor allen Dingen CWL, äh, für euch mit dran, und, ähm, ich habe jetzt auch schon wieder ein Redefluss, das heißt, ihr müsst jetzt ausschalten, bis dahin, euer Toto, Clashed! und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm,